Wenn ich nur wieder... Oh, jetzt die Reise und da rollt ich wieder. Guck mal, so krallen die sich bei Vivi und Tina fest, wenn sie von uns rein spielen. Hm. Wie viel Uhr haben wir zu verfahren? Weiß ich leider nicht. Kann ich grad nicht sagen. Okay, wie kannst du überhaupt helfen, Vivi? Gut, ich kenn...